Die Skisaison ist eröffnet und mit ihr die brandneue Achtersessel Wallbrunn. In unter 5 Minuten von der Talstation auf eine Höhe von über 1.900 Meter. Das sind die überzeugenden Fakten der neuen Bahn im Traumskigebiet Kitzbühel. Diese Bahn hat natürlich mehrere Highlights. Es ist von der Fahrgeschwindigkeit die erste Sesselbahn in Österreich, die bis zu 6 Meter pro Sekunde fahren kann, um die Spitzen abzudecken. Dann hat sie eine neu entwickelte Sitzpolsterung, Echtleder, kombiniert mit Sitzheizung und ganz neuen ergonomischen Sitzen. Und ich würde sagen, dieser Komfort ist auch weltweit einzigartig und erstmals hier in Kitzbühel erlebbar. Und wenn man hinauffährt und man kommt dann hier auf diesen Punkt und sieht dieses atemberaubende Gebiet, diese Bergwelt, so ist es etwas ganz Besonderes, ein erhebendes Gefühl, wenn man mit dieser Bahn auf der Bergstation letztendlich ankommen kann. Höchstmoderne Technik trifft ressourcengerechte Verantwortung. Die Achter Sesselbahnbrunn vereint die Zukunftsfähigkeit und Gästezufriedenheit in Perfektion. Was die Nachhaltigkeit anbetrifft, so geht es uns darum, dass wir hier ein System fahren, mit dem wir 6 Meter pro Sekunde fahren können. Das heißt 20 Prozent schneller bedeutet 20 Prozent weniger Fahrbetriebsmittel, bedeutet 20 Tonnen weniger oder 10 Tonnen weniger Gewicht auf dem Seil, bedeutet einen anderen Querschnitt bei den Stützen, bedeutet einen kleineren Bahnhof. Und das alles bedeutet weniger Energieverbrauch, das sind Kostenerspornis bei uns, ist aber ökologisch natürlich auch sehr sinnvoll. Die vielen erfreuten Gesichter der anwesenden Gäste bei der Eröffnung sprechen eine deutliche Sprache. Die neue Bahn kommt an. Mit Gottes Segen geht es jetzt in die erste Skisaison 2015-2016. Es ist angerichtet, jetzt heißt es, Ski ins Auto und ab ins Skigebiet Kitzbühel. Mein besonderer Wunsch ist, dass unsere heimliche Hauptstadt, das ist ja München, möglichst viel von euch zu einem beliebtesten Vorort kommen, das ist Kitzbühel. Kommt herzlich willkommen. Mit der Achter Sesselbahnbrunn wird das Hinauffahren ein ähnlich beeindruckendes und reizvolles Erlebnis, wie das allseits bekannte und beliebte Hinunterfahren im Kitzbüheler Skigebiet.